Nachdem wir uns im letzten Video den Packagizer angeschaut haben, schauen wir uns jetzt wieder ein neues Feature des Jdownloader 2 an. Und zwar kann man den Linksammler besser filtern, als es in den Vorversionen möglich war, bzw. vorher war es gar nicht möglich. Und wir schauen uns dann auch gleich ein realistisches Szenario an, wo sowas auftreten kann. Nämlich zum Beispiel, wenn ihr einen Upload-Dienst für Bilder nutzt, ich habe jetzt hier mal upload.de offen, wenn ihr dort Bilder hochladet und möchtet die dann verschicken, die direkt links, kopiert euch die in die Zwischenablage, hier mit Störung C, mache ich das mal. Und dann werden die oft im Jdownloader halt eben angezeigt, wenn die automatische Zwischenlagenüberwachung angeschaltet ist. Also hier seht ihr den Link. Und wenn ich die nur verschicken will, will ich die natürlich nicht im Jdownloader haben. Und dafür kann ich jetzt eine Regel definieren, dass ihr diese Links nicht mehr anzeigt. Wir löschen es hier erstmal raus und schauen uns dann in den Einstellungen an, wie das funktioniert. Also wieder Einstellungen, Einstellungen und auf der linken Seite den Link-Grabber-Filter auswählen. Jetzt habt ihr hier die Auswahl zwischen zwei Listen, und zwar Ansichten und Filterlisten. Wir nehmen jetzt mal die Filterliste, die andere Liste schauen wir uns gleich an. Und zwar fügen wir jetzt hier eine Regel hinzu. Und ich möchte jetzt diese Links filtern, das heißt, die sollen nicht angezeigt werden. Jetzt lassen wir nicht Upload, und weil es ein Bild ist, können wir uns vielleicht hier ein schönes Bild-Icon raussuchen, das da zum Beispiel. Und können einfach sagen, Hoster enthält Upload.de und speichern das Ganze. Und jetzt können wir es einfach nochmal probieren. So, jetzt wird der Link gefiltert. Hier unten erscheint Stelle 1 gefilterte Links wieder her. Stelle 1 soll es wahrscheinlich wieder heißen. Und dann können wir uns den trotzdem noch anzeigen lassen. Aber generell, also ich kann jetzt hier nochmal leer machen, wenn ich jetzt hier die Clearboard-Überwachung an- und ausschalte, dann wird der Link jetzt wieder eingelesen. Hier unten erscheint wieder Stelle 1 gefilterte Links wieder her. Und ja, so kann ich es dann eben ausblenden und bekomme die nicht angezeigt. Analog geht dann hier diese grüne Fillerliste, die Ansichten. Da könnte ich jetzt einfach, also Upload nehme ich jetzt hier mal raus. Nicht, dass wir da kollidieren gleich. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, alle Links von Upload bitte hier im Linksammler an der Seite gruppieren. Und das macht er jetzt ja hier automatisch schon, weil nach Hoster und nach Bildtypen wird hier automatisch sortiert. Und die kann ich mir dann hier zum Beispiel auch an- und ausblenden. Jetzt könnte ich aber jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt, macht vielleicht Sinn, wenn ich irgendwie Bilder von der Kamera hochlade, alle Bilder, die DSFC, es gibt ja diese Kamera, Kürzel enthalten, nochmal gruppieren. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel HP425 gruppieren lassen. Können wir mal ausprobieren. Also wieder hinzufügen. Dateiname, also diesmal halt Dateiname. HP425. Ups, ein, eins zu viel. Und dann sage ich jetzt mal hier HP nenne ich das und wieder so ein schönes Bild eigen. Und speichere das. Und jetzt sehe ich hier schon, da muss ich gar nicht neu laden. Ich kriege jetzt hier die Gruppe HP, denn dieses Bild fällt dann unter die Gruppe HP. Und wenn ich jetzt eben mehrere Bilder habe, die unter dieses Kriterium fallen, kann ich mir die hier dann anzeigen lassen oder eben ausblenden lassen.